Servus und Hallo zu Forza Motorsport 7. Er lädt nur immer die Strecke. Wo fahren wir? Jasmarina Strecke. Habe ich die schon mal gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ich fahre mir jetzt jedenfalls mit dem Honda. Wo ist man? Hier. Jetzt. Start. Jetzt lädt er wieder ewig und ewig. Nicht mal. Nur mal lädt er immer viel länger. Egal. Ich quatsche hier. Es ist schon wieder sehr spät. Ich denke dieses Rennen werde ich jetzt noch fahren. Und dann erstmal ein bisschen Pause machen. Da. Rein in die Blechlawine. Na. Was war denn das jetzt? Ein bisschen ausgebrochene Wagen. Dann hätte es mir mit einem anderen Wagen Komplettschutz liegt gehabt. Da. Jetzt ist es aber gut. Jetzt hattet ihr da vorne euren Spaß. Jetzt ist vorbei. Zehnter bin ich. Das geht nicht. Da. Baut alle ab. Und da. Ich fahre die Runden zwei. Okay. Da. Eine kurze Runde, oder? Ich weiß nicht, wie weit die Strecke da vorne noch geht, aber ich sollte nicht immer auf die Karte schauen, sondern eher so was so vor mir los ist. Ah, das war nicht gut. Überhaupt nicht gut. Egal. Da kann ich mir kurz in die Rückspiegel schauen. Kurve übersehen, Kurve übersehen, das muss ich zurück spulen, sorry, aber... Ich hab einfach die Kurve übersehen. So. Okay, das erreicht zum Bremsen. So, auf 100 drunter. Die weg. So. Okay. Okay. Es geht mit Vollgas. Was? Das auch. Ja, nicht so gar nichts. Also, eigentlich überhaupt nicht. Naja, gerade noch gerettet irgendwie. Hat man mal die Gegend ein bisschen angeschaut. Scheiße, nur noch zwei Kuchen. Ja, das war die letzte Aktion, die mir jetzt einen Sieg gekostet hat. Aber vollkommen zurecht, muss ich sagen. Ja. Hier wird auch nicht zurück gespult. Wenn ich jetzt nur dritter wäre, dann wäre ich halt dritter. Ach, ihr habt nur eine Runde. Das war erst die erste. Echt jetzt? Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich bin schon durch. Huh. Okay. Dann haben wir ja noch. Das war erst die erste Runde. Es ist einfach schon wirklich spät. Dann ist die Strecke doch wesentlich länger, wie ich gedacht habe. Und ich habe eine riesen Blechlawine hier hinter mir. Ja. Dann haben wir mal ungefähr drei Minuten eine Runde. Nicht schlecht. Ja. das war das war ziemlich dumm cool zurück das war extrem dumm und zwar so richtig weit zurück ich bin echt schon auf eure kommentare gespannt zu meiner vater hier dass jeder so Ja, so sagt es. Da wieder die letzte Kurve. Da wieder so ein 90 Grad Ding. Die anderen sind sehr knapp hinter mir. Na gut. Das war's. Na? Ja. Ja. Ja, ist doch gut. Dann sage ich, schauen wir noch, was hier Punkt der Punkte Zähler macht. Jetzt lädt er, dann zählt er die Punkte, dann lädt er die Strecke und so weiter und so fort. Oder zählt er überhaupt Punkte? Ja. So. Ach, ihr habt zufällig das Richtige ausgewählt. Immer her damit. Oh je. So. Ja. Karte ist weg. Jetzt sage ich aber. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Mal.